Das ist eine super gute Übung, dass wir das Auto anlassen. Einfach versuchen nachzumachen. Und in der Tiefe. Da hinten hat gerade einen Hund gebellt. Wahrscheinlich haben wir ihn gerade beleidigt. Ja, das ist auch gut. Aber da gibt es keinen Jogelschlag. Das ist das Geräusch, das ich mache, wenn ich nach der Show die Quote gucke.